Heute geht es richtig heiß her. In diesem Video wird es knallen und brennen. Versprochen. Heute geht es um die Nachweise von Wasserstoff und Sauerstoff. Bevor wir allerdings zum Spektakel kommen, zuerst ein paar Grundlagen. Wasserstoff und Sauerstoff. Davon hast du gewiss schon einmal gehört. Diese beiden Elemente sind die Bestandteile des Wassers. Ohne Sauerstoff könnten wir Menschen nicht überleben. Und Wasserstoff ist der Stoff, aus dem alle Sterne des Universums bestehen. Uff, japp, schon ziemlich relevant, die beiden. Wie viele andere Gase sind auch Wasserstoff und Sauerstoff geruchlos, farblos und geschmacklos. Augenscheinlich zum Verwechseln ähnlich. Dabei ist eine Unterscheidung der Gase sehr wichtig. Nicht zu wissen, was man vor sich hat, kann schnell gefährlich werden. Daher sind Nachweisreaktionen im Labor äußerst wichtig. Bevor wir uns aber die Nachweise für Sauerstoff und Wasserstoff ansehen, beschäftigen wir uns zuerst damit, wie die Gase für eine Nachweisreaktion gesammelt werden. Der Kolbenprober ähnelt einer Spritze aus Glas. Über einen Stopfen und ein kleines Rohr können so die entstehenden Gase im Kolbenprober gesammelt werden. Das eindringende Gas drückt den Stempel des Kolbenprobers nach außen. Teilweise gibt es auch eine Skala am Kolbenprober, wodurch das Volumen des aufgefangenen Gases abgelesen werden kann. Hast du keinen Kolbenprober, genügt auch ein Reagenzglas oder ein Standzylinder, um Gase aufzufangen. Das gewählte Gefäß füllst du mit Wasser und hältst es umgekehrt in eine mit Wasser gefüllte Glaswanne. Nun kann über einen Schlauch das hier links entstehende Gas in den Standzylinder geleitet werden, wodurch das Wasser darin verdrängt wird. Anschließend kannst du das Gefäß mit dem Gas mithilfe eines Stopfens oder, wenn du ein Reagenzglas verwendet hast, einfach mit deinem Daumen verschließen. Die so aufgefangenen Gase können... Du möchtest das Video in voller Länge sehen? Dann klicke auf den Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du selbstständig deine Noten verbessern. Dich erwarten? Über 10.000 Lernvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter zum Ausdrucken und der Hausaufgaben-Chat mit echten Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt kostenlos testen! Aufgel 6 10.000 Lernvideos